Ke besser Leute, herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Es gibt eine neue Folge, Was hältst du davon, Coach? Wir legen los. Boom. Was kracken? Was geht ab? Mike, was geht ab? Community, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Was hältst du davon, Coach? Hier zeige ich Mike Shortform Content und ihr habt mir was zugeschickt von einem jungen Mann. Es gibt eigentlich zwei Themen, die wir in diesem Video behandeln können. Ich spoiler jetzt ein bisschen. Einmal seine Steroid Journey. Er zeigt uns Updates, wie er sich ballert, was er ballert und so weiter. Und dann gibt es noch ein Video, was ich auch sehr interessant fand, wo er sagt, was man nehmen sollte, wenn man ballert. Was für Supplements. Ja, das ist alles in einem Video. Nee, das sind mehrere Videos. Achso, okay. Aber da es ein Dude ist, würde ich jetzt nicht zwei Videos draus machen wollen, sondern wir packen das alles jetzt in das eine Video. Ja, fangen wir mit den Supplements an, die man nehmen sollte, wenn man ballert. Da sind einige interessante dabei, die ich so nicht erwartet hätte. Okay, gucken wir. Nimm mal den Laptop bitte, guck dir das Video an. Und dann sag uns bitte deine Meinung. So, who the fuck is this? Who the fuck is that guy? Ist das von Conor McGregor? Who the fuck is that guy? Na gut, dann gucken wir mal. Ich bin gespannt. Ich kenne ihn nicht. Hat jetzt auch noch nicht so die große Reichweite. Muss nichts heißen. Wir schauen mal. Gut, da widerspreche ich schon mal. Ich finde nicht, dass es ein Ansatz sein sollte, ASS durchgehend zu nehmen, weil, was die meisten nicht wissen, auch Aspirin nierentoxisch ist. Das muss ja auch irgendwie abgebaut werden. Ich halte das für keine gute Idee, weil du solltest einfach durch dein Cardio, durch deine Ernährung, durch deinen Lebensstil, solltest du auch auf Testosteron dazu in der Lage sein, deinen Hämatokrit niedrig zu halten. Und erst wenn dein Hämatokrit mehr wird, kann man sich darüber unterhalten, welche Maßnahmen man treffen kann. Und es gibt sowohl Supplements, also auch richtige Supplements, jetzt kein Medikament wie Aspirin, als auch generell viel, viel bessere Möglichkeiten, um deinen Blut dünner zu halten. Das ist einmal über den Wasserhaushalt. Gut, das ist jetzt kein Supplement. Bleiben wir bei Supplements. Telmisatan zum Beispiel kann den Hämatokrit auch ein bisschen runterhauen. Das ist zwar auch eher Richtung Medikament als Supplement, aber deutlich schonender als ein Aspirin. Und dann haben wir auch das Heart Plus von Big Zone, hat verschiedene Stoffe darin, die in ihrer Fähigkeit, quasi in der Kombination dafür da sind, um deinen Blutdruck zu senken, das Blut ein bisschen dünner zu machen. Und das auf gesunde Weise eben halt auch. Die Arterien ein bisschen elastischer zu machen. Also es ist alles so klüger. Deswegen, also durchgehend Aspirin nehmen. Ich weiß, viele machen das. Ich persönlich halte dagegen, weil ich eben auch, abgesehen davon, dass ich mich ja selbst viel belese, wie man weiß, aber auch zum Beispiel die Heilpraktikerschulung, also die wirklich diese Ausbildung mache und wir uns da mit verschiedenen Medikamenten beschäftigt haben, beziehungsweise eigentlich mit allen Medikamenten, die man so als Indikation für was weiß ich dann nehmen soll und eben dann auch darüber aufgeklärt werden, was die genau im Körper tun. Und ich halte es nicht für eine gute Idee, von Anfang an zu sagen, Aspirin daily ist mein Supplement-Stack. Weiter. Okay. Hat er jetzt gesagt, Multivitamin als zweites, ne? Okay, ich finde tatsächlich mittlerweile jetzt durch die zweite Beschreibung, wie er das genannt hat, muss ich sagen, jetzt kommt er mir schon so ein bisschen stümperhaft vor. Das erste mit dem Aspirin fand ich schon unqualifiziert, muss ich ehrlich sagen. Das zweite jetzt einfach auch zu sagen, ja, du musst als zweites einfach ein Multivitamin nehmen, weil wenn du irgendwelche Defizite in Vitaminen hast, dann sind die alle weg. Das stimmt so auch nicht. Also das heißt, ich finde es viel klüger, dass du dich einfach darauf besinnst, welche Vitamine sind wichtig, welche bekomme ich aus der Nahrung, mehr oder weniger und dann die nimmst zum Aufstocken. Zumal die meisten Multivitamine, also so 90% davon auf dem Markt, einfach sehr gering dosiert sind. Deswegen einfach zu sagen, ich nehme ein Multivitamin und damit ist alles gelöst, halte ich tatsächlich für stümperhaft, so ein bisschen. Also wenn du Stoff nimmst, wäre es cool, wenn du einfach so ein bisschen mehr darauf achten würdest, was du da tust, anstatt dir wahllos Sachen reinzuknallen, von denen du gar nicht weißt, was es ist. Da wäre ich lieber darauf eingegangen, welche Vitamine sind denn jetzt hier interessant und welche nicht. Grundsätzlich hat er nicht Unrecht, aber das hättest du jetzt auch im Netty so mitgeben können, das mit dem Multivitamin. Gut, machen wir weiter. Als nächstes hat er Fischöl genannt, finde ich schon mal ganz gut, mal gucken, was er dazu sagt. Hat er jetzt gesagt Fischöl für die Leber? Ja, das hat er gesagt. Ja, okay, warum nicht? Also du hast halt durch die Omega-3-Fettsäuren werden deine Entzündungswerte im Körper runtergefahren, dein Fettsäurenprofil wird verbessert, ein besseres Fettsäurenprofil ist indirekt gut für die Leber. Das stimmt schon. Ist Fischöl Leberentgiften? Nein, ist es nicht. Und vor allem, trotz aller Liebe für Omega-3-Fettsäuren, um jetzt hier mal ein Korinthenkacker zu sein, ist es ja so, dass immer noch jedes Fischöl immer noch zumindest ganz, ganz minimal Schwermetall belastet ist. Das ist einfach so. Ja, im besten Fall ist das sehr, sehr niedrig, so wie bei Bigson auch. Aber, jetzt zu sagen, du nimmst Fischöl für die Leberentgiftung, sorry, da gibt es mehr. Da gibt es viel, viel mehr. Ja, stimmt. Ashwagandha, auch hier. Ashwagandha, warum? Ja. Jetzt auf Stoff, also Zirkadianer Rhythmus, sehe ich, klar. Denn Cortisol wird durch Stoff affektiert, sehe ich auch. Man könnte meinen, wenn er es, also ich traue es ihm irgendwie nicht mehr zu jetzt, aber wenn ich ihm jetzt wohlwollend bin, dann würde ich sagen, er meint, dass du deinen Zirkadianer Rhythmus unterstützt, weil vielleicht durch das Testosteron, durch die Auswirkungen auf Cortisol zum Beispiel, der durcheinander kommen könnte. Okay. Weiter. Also, bei Cialis würde ich sogar mitgehen. Okay. Nicht wegen dem Blutdruck, das stimmt zwar, aber so 2,5 bis 5 Milligramm Cialis am Tag sind tatsächlich gesund. Cialis hat sehr, sehr viel positive Auswirkungen auf den Körper, zum einen auf die Durchblutung, was genau in der Dosis sehr gesund sein kann, zum anderen auf die Prostata. Das wird in modernen Ansätzen tatsächlich schon gemacht. Du kannst die Anzahl und die Perioden der durch Prostata gestörten Aufwachphasen, ja, in der Nacht, wenn jetzt jemand irgendwie immer wieder aufs Klo muss, weil er Prostata Probleme hat, kannst du durch Cialis halbieren, nachweislich. Das heißt, Cialis hat eine Interaktion dahingehend und eine Entlastung der Prostata zur Folge und dementsprechend ist das für die Zukunft noch etwas, das wahrscheinlich, also Tadalafil, der Wirkstoff, das gerade in so Longevity-Geschichten immer wieder seinen Platz finden wird. Also das wird noch kommen. In Deutschland vielleicht nie, aber international ist das schon so. Ja, Cialis ist ja bekannt dafür, dass man das vor dem Geschlechtsverkehr nimmt, Männer, die keinen Hoch bekommen, oder ist das nicht so? Ja, richtig. Wobei, wenn jetzt jemand direkt vor dem Geschlechtsverkehr Cialis nimmt, wird er davon gar nichts spüren. Okay. So, der muss das schon sechs, acht Stunden im besten Fall vorher nehmen. Wahrscheinlich reichen auch zwei oder drei, aber das wirkt 72 Stunden. Okay. Also lieber mal auf Nummer sicher gehen und das nicht irgendwie eine Stunde vorher nehmen, sondern ein paar Stunden vorher. Ja. Je länger, desto besser. Und die Bodybuilder, die das jetzt nehmen wollen, was du ja empfohlen hast quasi, die sollen sich dann auch das Zeug besorgen oder gibt es dafür extra Dosierung-Tabletten oder sollen die wirklich diese Potenzmittel... Ja, das ist genau das Gleiche. Okay, die sollen sich diese Potenzmittel reinballern. Genau. Also Cialis ist im Endeffekt, du hast einmal, die sind unterschiedlich dosiert. Du hast einmal die Pillen, die hauptsächlich, oder die Tabletten, die hauptsächlich für die Potenz gedacht sind. Die sind in der Regel im 10- bis 20-Milligramm-Bereich. Und es gibt aber auch 5-Milligramm Cialis-Tabletten. Okay. Die sind dann meistens so für Everyday-Anwendung. Und da hast du dann eher diese gesundheitlichen Benefits von. Und die werden dann auch gerne mal so verschrieben. Auch mittlerweile in Deutschland. Also unsere Ärzte im THT-Coaching, die verschreiben das bei Bedarf. Krass. Wenn man merkt, man hat vielleicht ein bisschen mit dem Blutdruck zu kämpfen. Und dann, bevor es dann an irgendwelche aggressiveren Stoffe geht, ist es tatsächlich eher ein Cialis, das verschrieben wird. Okay, interessant. Natürlich ist der Benefit auf der anderen Seite auch nicht von der Hand zu weisen. Weil erstens, du hast mehr Pump im Training. Das hast du wirklich. Du hast 72 Stunden lang erhöhtes Pumppotenzial. Also wenn du trainieren gehst, fühlt sich deine Muskel viel geiler an. Und was noch dazu kommt, du hast ein viel besseres Sexualleben. Aber du läufst nicht nonstop mit einer Latte rum? Nein, nein, nein. Das geht nur mit Trigger. Okay. Dann musst du auch aufpassen im Gym. Ja. Wenn die TWO-Army am Start ist. Ja, könnte man meinen. Also ich meine, ich bin tatsächlich auch ein Befürworter von Cialis. Und habe das auch immer wieder drin gehabt über längere Zeit. Und ich muss sagen, es geht wirklich in meinen Augen nur bei direktem Trigger. Okay. Also das heißt, wenn du wirklich zum Geschlechtsakt hintendierst, so nach dem Motto. Oder wenn du halt anfängst rumzumachen oder was weiß ich. Aber so einfach so. Klar, wenn du jetzt der notgeilste Penner überhaupt bist und im Gym einfach, weiß ich nicht. Alles Tögel ist, was bei drei auf dem Baum ist. Ja, du kannst ja Trigger auch selbst kreieren. Das heißt, du sitzt irgendwie an der Beinpresse und dann guckst du nebendran bei einem Romanian Deadlift, guckst du jemanden die ganze Zeit von hinten in die Hose. Und dann stellst du dir vor, wie du dich gerade dahinter stellst und was weiß ich. Dann wird das wahrscheinlich passieren. Ja, dann bekommst du wahrscheinlich auch eine Anzeige. Das sind halt auch einfach Schmocks. So, und die haben es dann auch verdient, dass sie dann aufstehen und das Ding steht wie Hölle. Und dass sie dann angezeigt werden und dann abgeführt werden mit einem Ständer. Das ist auf jeden Fall in Ordnung so. Ach du Scheiße. Das sollen die alle bitte so erleben. Okay. Deswegen, also Cialis ist dahingehend schon relativ zuverlässig, was das Ganze angeht. Du hast einfach insgesamt schon sehr, sehr viele positive Effekte. Und weil auch immer wieder Leute sagen, ich meine, ich kann das ja auch berichten, ja. Ich hatte tatsächlich nie Probleme mit meiner Potenz. Zum Glück, weil ich auch einfach bei Steroiden immer wusste, was ich tue. Auch in den Wettkampfdiäten am Anfang, wo ich nicht wusste, was ich tue, wo mir einfach irgendwas verschrieben wurde, hatte ich wahrscheinlich einfach Glück. Aber, ich kann sagen, mit Cialis ist es trotzdem besser. Weil die Leute dann immer sagen, ich brauche es nicht, ich habe so Donenstünde. Nee, das ist keine Ahnung. Deswegen, es ist schon was anderes. Also du hast auf jeder Ebene, hast du schon Vorteile dadurch. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja. Lions-Main. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, wie die Studienlage zu Lions-Main aussieht. Ich muss halt sagen, ich kenne das in dem Zusammenhang, habe ich schon gehört. Vielleicht habe ich mich damit einfach noch nicht so krass auseinandergesetzt. Meine Fresse, dann schreibe ich es halt auseinander, ey. So. Und was haben wir? Lions-Main. Was? Das kannte ich auch noch nicht. Heritium. Erinaceus. Okay. Is a culinary and medical mushroom. Appears to have, appears to have neuroprotective and anti-oxidant. Properties in the brain. Was ja erstmal gut ist. Also was ja dadurch relativ, ich finde, was klug an dem Ansatz ist, ist, dass man eigentlich auch irgendwas Neuroprotektives braucht für das Gehirn, wenn man Steroide nimmt. Weil langfristig kann das schon sein, dass man dadurch so ein bisschen Schaden nimmt. Und dementsprechend okay. In one randomized controlled trial mit Alzheimer. 350 mg dreimal am Tag. 49 Wochen. Keine signifikanten Differenzen. Okay. Aber das sieht jetzt nicht so gut aus. Lions-Main is also being investigated for its potential reduced symptoms of anxiety and depression. Ah, das ist immer ein schwieriges Feld. Two studies, one involving menopausal woman and another including overweighted obese individuals, reported improvements following supplementation with Lions-Main. However, both studies had limitations in the design. Ja, ist wieder schade. Ist ähnlich wie bei Schilaid, wo man halt immer relativ gute Andeutungen findet, aber im Nachhinein dann da steht so, die Studien waren jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Also man weiß nicht, wie sehr man denen vertrauen kann. Also es ist halt so, the existing clinical trial evidence supporting these claims is limited. Okay, also Examen, kurzer Blick auf Examen sagt, das ist eine sehr, sehr limitierte Evidenz dahingehend. Ich denke, er hat sich hier auf eine Sache halt eingeschossen, wo er sagt, das ist gut, das kann man machen. Definitiv. Aber ich glaube, da gäbe es bessere Sachen, die man einfach für die kognitiven Fähigkeiten nehmen kann. Nennt man ein paar? Puh, ja, es ist halt schwer jetzt im... Kinderplus? Nee, das ist ja für die Nieren. Ja. Es ist schwer jetzt in dem Bereich zu bleiben, in dem man, sag ich mal, nur Supplements nennt. Cerebro. Also allgemein jetzt nicht nur das. Okay, Cerebrolysin zum Beispiel ist relativ gut für sowas. Das ist ein Peptid. Man könnte es vielleicht mit SEMAX kombinieren. SEMAX ist ein Fragment von ACTH und hat wohl verschiedene Wirkungen auf die kognitiven Fähigkeiten, wobei bei SEMAX die Evidenz jetzt auch noch nicht so stark ist, aber stärker als da wahrscheinlich. Das heißt, man könnte auch mit verschiedenen Nootropika einfach arbeiten. Das heißt, entweder, sagen wir nicht Nootropika, sagen wir Adaptogenen oder einen Mix daraus. Das heißt, du hast einfach verschiedene Produkte, die deine Konzentration fördern und auch Adaptogene, die dir helfen, Stress besser zu adaptieren. Also es gibt schon relativ viele Sachen, die da deutlich mehr Evidenz aufweisen, als es jetzt so Lion's Mane ist. Peptid P21 ist ganz interessant für sowas. Da muss man auch immer ein bisschen gucken, wie da sich die Evidenz entwickelt. Aber Cerebrolysin zum Beispiel ist ein weltweit eigentlich schon zugelassenes Medikament. Übrigens auch in Deutschland wird das benutzt für Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten beziehungsweise auch für Behandlung von Hirntraumen, also von Traumata. Und das kann tatsächlich relativ viel für die Gesundheit im Gehirn tun und ist auch ein starkes nootropisches Supplement beziehungsweise Peptid. Also wenn man schon auf Stoff ist, dann kann man halt auch in die Richtung tendieren. Es gibt wahrscheinlich noch viel bessere Sachen oder noch andere Sachen. Besser würde ich nicht sagen, aber andere Sachen. Gut, lassen wir das mal so. Das kenne ich gar nicht. Methylene Blue. Muss ich kurz nachschlagen. Hat der Dude die Geheimtipps am Start? Auf jeden Fall. Du kannst ja danach nochmal sagen, welche Supplements du generell für Stoffe empfehlen würdest. Deiner Meinung nach, was sinnvoller ist. Ja. So. Aha. Da erscheint es zumindest. Was? No Result? Ich habe es doch gerade gelesen. Warum verarschen mich denn heute alle hier? So. Antioxidativ. Potentially commonly caused by ultraviolet solar radiation, the common active ingredient sunscreen, Oxybenzone. Absorbing ultraviolet radiation. The study. Okay. Ja. Also so wie es aussieht, ist das hier hauptsächlich im Rahmen von UVB-Strahlung auf die Haut untersucht worden, ob es da die Haut irgendwie vor Schäden schützen kann. Und prevented skin death ist hier ein Schlagwort, also dass man versuchen möchte, quasi Hautzellentot zu, ja, hervor zu beugen. Antioxidativ ist eigentlich immer erst mal gut. Muss aber auch sagen, dass es hier auch wieder so ein bisschen mau ist, was wir finden. Aber vielleicht ist das ja der nächste Geheimtipp. Ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht empfohlen. Aber ich kann mich irren, vielleicht rede ich in ein, zwei Monaten ganz anders darüber. Ja. Er sagt halt wirklich, das ist nochmal hier für den Blutdruck und so weiter. Also weiß ich jetzt nicht. Tell me Satan, das habe ich schon gesagt. Ja, dann kannst du dir aber auch das Aspirin sparen. Hyprolactin as well. P5P is great to use. It's gonna keep that in range. Especially if you Ja, aber ich weiß nicht, ob P5P wirklich in der Lage ist, Prolactin so effektiv zu hemmen, wenn es ansteigt. Aber es ist ein Versuch wert, bevor man ein starkes Medikament nimmt. Any 19-Nor, like Tren or MVP that increases this. You don't want Gaino or Lactating issues. So make sure you keep that in range. 450 mg a day would be sweet. So it's your first Boah, ich bin froh, dass es vorbei ist. Also das Das hat sich auch gut gezogen, muss ich sagen. ich finde das Video furchtbar, muss ich sagen. Ich finde, da sind so viele Sachen dabei. Also das Video hat keine Linie. Das heißt, guck mal, es geht hier um Supplements für einen Steroid-Cycle. Aber was er eigentlich macht, ist dir die ganze Zeit Sachen empfehlen, die du erst nehmen sollst, wenn du Probleme hast. So, und damit bin ich halt nicht cool. Okay, dann machen wir es jetzt mal im Schnelldurchlauf besser. Ja. Was würdest du empfehlen? Grundsätzlich, was muss sich an Supplements ändern, wenn du auf Stoff gehst? Erstmal musst du nur das Zink ein klein bisschen hochfahren, weil Zink im Endeffekt Auswirkungen auf die Cytochrom-P54-Enzyme hat, was zum Beispiel bedeutet, dass du über Zink, wenn dein Aufkommen an Zink stimmt, schon von dir aus weniger Aromatase produzierst. Das ist kein Aromatase-Hämmer, das stimmt nicht. Aber du kannst dafür sorgen, dass du ein grundniedrigeres Aromatase-Level hast und dein Körper ein bisschen zu deinen Gunsten eher zu 5-Alpha-Reduktase übergeht und dadurch mehr DHT produziert. Außerdem ist Zink auch nicht schlecht für die Haut. Und für das Immunsystem, also Zink einfach ein bisschen hochfahren, das ist ganz gut. Dann haben wir, eigentlich muss sich ab da fast gar nichts mehr ändern, muss man ehrlich sagen. Es ist nur wichtig, dass du ab da deine ganzen Gesundheits-Supplements auch wirklich nimmst. Das heißt sowas wie Kokumin, würde ich nehmen, weil es halt auch antioxidative Effekte hat und teilweise auch leberentgiftende Effekte gut für den Magen-Darm-Trakt und für die Haut sein kann. Deswegen würde ich Kokumin einfach non-stop drinnen lassen, gerade bei Stoff. Omega-3 definitiv für eine entzündungshemmende Wirkung auf dein System, was auf jeden Fall auch immer gewährleistet sein sollte. Aber ihr wisst, das empfehle ich auch jedem Netty, logisch. Das musst du dann auch nicht weiter hochfahren, du musst einfach Omega-3 weiter nehmen. Vier Kapsel am Tag? Also bei dem Bigzone-Produkt habe ich, und das ist eins der höchst dosierten Produkte auf dem Markt, das wisst ihr. Da könnt ihr selbst nachschauen. Und das ist eine reine Triglycerid-Form auch noch. Also das heißt, das ist wirklich brutal. Und ich habe in, was weiß ich, wie viel Blutbildern, in denen ich schon den Omega-3-Index genommen habe, festgestellt, dass bei sechs Kapseln vom Bigzone-Produkt der Omega-3-Index im sogenannten kardioprotektiven Bereich ist. Und das ist der Bereich, der wirklich offenkundig gesagt dein Herz schützt. Also Herz schützt. Das wird auch so in den Blutbildern dargestellt. Und dementsprechend, das ist jetzt nicht nur etwas, das ich euch hier erzähle, sondern der kardioprotektive Bereich existiert in Blutbildern. Und da kommst du mit sechs Kapseln vom Bigzone-Produkt rein. Ich habe auch, jetzt ohne hier großartig zu viel Werbung für Bigzone zu machen, Leute kamen zu mir und haben schon Omega-3-Supplements genommen von anderen Marken oder von auch etwas billigeren Marken, jetzt so von DM und alles mögliche, haben sechs bis acht Kapseln teilweise genommen und waren nicht im kardioprotektiven Bereich. Also es kommt schon stark aufs Produkt an. Und auf einmal nehmen ist okay oder 3-3? Ich würde sagen 3-3, dann hast du weniger Effekt von diesem Fishburp. Morgens, abends? Zum Beispiel. Das ist völlig in Ordnung. Dann würde ich das Kidney Plus einfach mal nehmen, weil das Kidney Plus dafür sorgt, dass deine Nieren effizienter spülen und dementsprechend kannst du die Nieren einfach so bei ihrer Spültätigkeit unterstützen. Zusätzlich dazu ist eventuelles Wasser, das du vielleicht auch extrazellulär durch Testosteron zum Beispiel ziehst, ein bisschen schneller raus. Das heißt, du wirkst auch so ein bisschen präventiv Wassereinlagerung entgegen. Und jetzt könnte man sagen, Wasser ist scheißegal. Ja, aber je mehr Gewicht du rumträgst, desto schwieriger die ganze Last für deinen Körper. Muss jetzt nicht unbedingt sein, dass man die ganze Zeit wie ein Wasserbüffel rumläuft. Also halte ich auch Kidney Plus für ein sehr gutes Supplement dahingehend. Dann kommen langsam aber sicher die Supplements, wo man sagt, das musst du nicht machen, aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du es tun. Das wäre zum Beispiel das Heart Plus von Big Zone. Da haben wir nochmal darüber gesprochen, dass es positive Auswirkungen auf den Blutdruck hat, auf den Hämatokrit und generell auf die Elastizität der Arterien zum Beispiel und linksventrikulärer Hypertrophie sogar entgegenwirken kann. Das ist das, wovor man am meisten Angst hat über die Jahre, dass deine linke Herzkammer so groß wird, dass du irgendwann eine Herzinfarktgefahr hast. Und davon reichen vier Kapseln am Tag und das funktioniert. Dann kannst du theoretisch Citrus Bergamot nehmen, das ist aber im Heart Plus mitverarbeitet, das ist für die Cholesterinwerte, dass die nicht so krass außer Range geraten. Aber hier kommen wir auch schon wieder in den Bereich, dass man das erst machen muss, wenn es halt so weit ist. Irgendwie Natokinase zum Beispiel könnte den Hämatokrit auch runterziehen, aber auch hier erst wenn es so weit ist in meinen Augen wirklich notwendig. Und jetzt kommt der Oberhammer, wo für mich viele steinigen wollen. Ein Lebersupplement brauchst du erstmal gar nicht, weil Kokumin ist schon leberentgiftend zum Beispiel und zwar in sehr geringem Maße, aber ausrechnet, wenn du jetzt einfach nur ein bisschen Steroide fährst, dann wirst du deine Leber nicht schädigen. Erst wenn du anfängst große Mengen an oralen Steroiden zu nehmen, dann wird es schwierig. Für den Fall würde ich ein Lebersupplement zu Hause haben. Das HEPA Plus von Bigzone ist stärker als TUTGA und ist in Deutschland ganz normal erhältlich, also würde ich das zum Beispiel nehmen. Und ja, ich würde ein bisschen da mitgehen, dass man irgendwas als Adaptogen nimmt, zum Beispiel das CSA von Bigzone, Cortisol Suppressing Agent oder Ashwagandha, weil man dadurch einfach so ein bisschen seinen zirkadianen Rhythmus unterstützen kann und sich beim Runterfahren auch ein bisschen unterstützen kann. Das alles ist schon in Ordnung irgendwo. Aber wenn man ehrlich ist, so viel mehr ist es halt auch nicht. Und diese ganzen Medikamente, die er jetzt genannt hat, Cialis ist auch nett, also ich habe es ja unterstützt, aber einfach so. Gut, dann würde ich sagen, haben wir das geschafft, die Transformation von ihm, also diese Stereo Journey, die machen wir glaube ich in einem anderen Video, weil das schon jetzt den Rahmen gesprengt hat. Definitiv. Und ja man, trotzdem hoffe ich, dass der ein oder andere davon jetzt was mitnehmen konnte, lernen konnte und auch ein bisschen unterhalten wurde. Ja, danke dir Mike und die letzten Worte gehen dir. Ja, also versteht mich nicht falsch, das alles kann man genauso fahren und hat erstmal sehr viele der potenziellen Side-Effekts von Steroiden in Schach. Aber als generelle Empfehlung für jeden, der Stoff nimmt, ohne zu wissen, ob die Side-Effekts überhaupt da sind oder kommen, würde ich das halt nicht machen. Das ist alles. In dem Sinne reicht eine gesunde Supplement-Routine bei dem Otto-Normalverbraucher-Stoffe aus und dann sollte man halt regelmäßig Blutbilder machen und gucken, ob sich da irgendwas verändert, weil vergesst halt nicht, jeder reagiert unterschiedlich auf Steroide. Und wenn du irgendetwas einfach machen kannst, ohne weitere Medikamente hinzuzufügen, dann ist das doch erstmal positiv. Und da würde ich halt drauf beharren. Ansonsten verbleiben wir erstmal so, Leute. Supportet diesen Kanal mit einem Abo, wenn ihr möchtet, denn wir danken euch weiterhin für den Support. Es geht weiterhin bergauf und das ist euer Verdienst. Vielen lieben Dank für euren Support und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.